So, hier sehen wir unsere Hochtemperaturisolierung, die geht bis 700 Grad für alle extrem heiße Bauteile, Wärmetauscher, Abgasleitungen, Katalysatoren, Krümmer, alles was heiß ist, was ich isolieren muss, kann ich damit einpacken. Man sieht hier von unseren Wärmetauscher, wo wir hier isoliert haben, das ziehe ich einfach wie ein Mantel, ziehe ich das einfach an und dann mache ich hier mit dem Bindedraht, mache ich den einfach zu und dann ist der fix fertig isoliert, kann ich einfach wieder aufmachen, abnehmen, wenn ich was reparieren oder warten muss, wenn ich fertig bin, mache ich es wieder drum herum, mache den Bindedraht wieder und es ist wieder isoliert. Es geht brutal schnell, es ist einfach und es hält, können wir anfertigen für alles, also wir brauchen nur die Maße von dem Bauteil und dann können wir diese Isolierung anfertigen. Es ist einfach, funktioniert und sogar Preisleistung unschlagbar.